Verhaftet wegen sexy gab es bis jetzt noch nicht im Dschungelcamp. Darum waren Junior auch die Hände gebunden, als er die Kandidaten auf Schmuggelware untersuchte und sich bei einem Herrn etwas regte. Offenbar ist Malle Jens recht amtlich bestückt, also musste Junior sein Gemächt etwas länger abklopfen und die Fummelei weckte offenbar den Penis von Jens. Nachdem die Leibesvisitation abgeschlossen war, stand Jens mit einer amtlichen Erektion im Urwald. Aber auch im entspannten Zustand zeichnet sich das Geschlechtsteil des Auswanderers deutlich ab. Wer hätte das gedacht? Jens Büchner läuft mit einem großen Penis durchs Leben. Dies führt leider zu Komplikationen, was die WC-Benutzung anbetrifft, scheint ihn aber zum Frauenmagneten zu machen. Kein Wunder, dass Freundin Dani ihm verboten hat, sein bestes Stück aus der Schwarz herauszuholen, während er im Dschungelcamp ist. Das ist die Move-Ben-Nies. boosterte und mit einer Gästen anbetrifft und der B-Nippe links anbetrifft